Ich habe fast einen Mord begangen. Hey, wer isst hier ein Brot? Nur weil ich gespeist habe, habe ich fast jemanden das Leben gekonnt. So, meine Damen und Herren. Wie geht es dir erstmal? Mir geht es gut, Bruder. Ja. Ach, was machen wir hier für Floskeln immer? Wir haben die gleichen Klamotten an, weil wir kein Geld haben. Also, meine Damen und Herren, spendet mal ein bisschen was, dass wir auch mal andere Klamotten in der nächsten Folge anziehen können. Mir geht es gut, wie geht es dir? Alles gut. Bruder, du hast mich gerade gekillt. Du hast mich gerade gekillt da unten. Das kannst du aber nicht erzählen. Das wäre der geile Nieser auf der Bühne. Erzähl es doch als Bit. Ja, guck mal. Du sagst immer, du willst, dass meine Karriere nicht stagniert und dass ich weiterkomme. Ja. Du willst aber, dass ich die krassesten Sachen erzähle. Wie in Berlin im Hotelzimmer, wo meine Karriere sofort vorbei wäre. Ja, das nicht. Aber du kannst dir erzählen, dass du einen Mord begangen hättest, fast weil du ein Brot ausgepackt hast. Das ist ein geiler Bit. Der ist echt geil. So, ich muss mir ein Milky Way gehören. Das ist keine Werbung. Ja. Ähm. Neuesten News hast du gehört? Nein. Die neuesten News? Gibt es doch alte News? Ja. Aber das Wort News beinhaltet doch nichts. Eine alte News ist, Titanic ist untergegangen. Okay. Oder? Ja, okay. Die neuesten, neuesten Klatschpresser. Ja. Was Kanye West gemacht hat. Asozial. Egoistisch. Ah stimmt, der lässt sich ja von Kim scheiden. Ja. Ah ja, genau. Das hat ja auch nie gesagt. Wie kann man eine Frau mit Kindern alleine zurücklassen? Ja, ja. Die wird wahrscheinlich, das wird richtig hässlich, glaube ich. Weißt du, dass ich das vor einem Jahr schon vorausgesagt habe, dass die sich scheiden lassen? Hm? Ehrlich, das weiß auch mein Umfeld, weil, wie wir ja wissen, wenn wir den guten Kanye verfolgen ein bisschen. Was heißt verfolgen? Man kriegt ja eh mit, was der macht. Das ist ja komplett verrückt. Ist ja sehr gläubig geworden, ne? Ist ja wiedergeborener Christ. Mhm. Er hat auch gesagt, er macht keine säkuläre Musik mehr. Er macht nur noch Gospelmusik. Für die Leute, die nicht wissen, was säkulär bedeutet oder auch für mich? Welt... Ich bin ein Idiot, ich denk so. Er macht keine normale Musik mehr. Er macht Musik mehr. Ey, warum bin ich so weit... Du bist ja gar nicht mehr zu sehen. Doch, klar, ich bin zu sehen. Mach dir keine Sorgen. Nein, das geht nicht. Mein Bruder muss zu sehen sein. Ach so. Wenn du das mal nicht natürlich extra gemacht hättest. So, jetzt besser. Er will keine normale Musik mehr machen, sondern nur noch gottesdienstliche Musik. Ja. Ja. Gospel. Gospel, genau. Wie man das in den USA nennt. Er macht christlichen Rap, also christlichen Hip-Hop und... Magst du einen haben? Ja. Ja, ich glaub ich kann mir einen. Ja. Heute ist mal mein Cheat-Day. Äh. Ja. Und was macht er so? Also, sonntags macht er mal Auftritte. Er führt durch einen Gottesdienst sonntags. Und, äh, da war mir schon klar, dass die nicht zusammenbleiben werden. Weil ein gläubiger Mensch, egal welche Konfession, weil, religiöse Menschen haben ja so gewisse Prinzipien. Mhm. Die sind ja, die erstrecken sich ja über alle Religionen gleichmäßig. Der bleibt nicht mit so einer Frau zusammen. Was soll denn das heißen? Also, äh, zügel hier mal die Stimme, mein Freund. Ja, warte. Deine Zunge. Was soll denn das heißen? So eine Frau. Wie ist sie denn? Ja, warte. Ich sag doch nichts gegen sie. Ich sag doch nur, das ist so geil, Alter. Ich sag doch nur, ein gläubiger Mensch bleibt nicht mit so einer Frau zusammen. Mit, äh, was soll einer Frau? Aber wir wissen ja, gläubige Menschen sind schlecht. Und dann fing das ja an. Ja, was hast du denn für eine Frau? Ja, warte, dazu komm ich jetzt. Meinst du ihr Sexvideo? Warte doch. Findest du das schlimm? Warte mal kurz. Und dann fing das ja an, dass man immer wieder gehört hat, seitdem ja alle paar Wochen, dass Kani zum Beispiel ein Problem mit ihrer Freizügigkeit hat. Also, das ist so ein Arschloch. Ja, weiter. Ja, find ich auch. Wie kann man so was sagen? Wie kann man so was sagen? Wie kann man eine Frau einspenden? Das ist schon, du tust ihre Privatsphäre. Ja, das ist richtig Mittelalterdenken. Und ich bin froh, dass Costa und Jesus nicht hier sind, damit die... Ja, weil die würden ja direkt alles mitmachen. Ja, genau. Weil, das ist ja total veraltetes Denken, dass die Frau, die du liebst, und die Mutter deiner Kinder, dass du nicht willst, dass sie sich nackt präsentiert. Also, da bin ich natürlich mit dir. Nee, warum nicht? Ja, das ist ja klar. Warum sollen... Wir haben 2021. Ja, warum nicht alle nackt rumlaufen? Ja, genau. Das ist sowieso ein veraltetes Konzept, Schamgefühl. Genau. So. Ich würde mir gerne einen Zirkel ins Bein stechen und dann immer damit rumlaufen. Aber nimmt mich so an. Ja, das ist so. Und dann fing das ja an, dass er gesagt hat, er hat ein Problem mit ihrer Freizügigkeit. Die ist ja immer sehr nackt, die präsentiert sich sehr nackt. Und da fing das schon an, da wusste ich. Und er redet ja mittlerweile, wenn er sich mal in der Öffentlichkeit äußert, nur so Jesus hier, Jesus da. Und dann weißt du ja Bescheid schon. Das war, die Verdammnis war nahe, was diese Sache betrifft. Ja, und jetzt lassen die sich scheiden und du wirst sehen, die werden ihm die Schuld geben. Die werden ihm, die werden, sie wird als Heldin daraus kommen und er als Arschloch. Ich sag dir das jetzt. Ja. Egal was ist. Egal was er macht. Egal was er sagt. Egal was er tun wird. Warum? Alleine, wenn sie nur in die Öffentlichkeit geht und sagt. Ja, er fing an auf einmal und meinte, ich soll nicht mehr meine Nippel in der Öffentlichkeit zeigen. Und da denke ich mir, was? Was? Wo leben wir? Ja. Dann meldet sich die Nippelvereinigung der Zugehörigkeit. Aber ich persönlich, ja. Also jetzt meine persönliche Meinung ist, ich finde das natürlich auch sehr schlimm und altmodisch von Kanye, weil wie kannst du Eifersucht gegenüber deiner Frau empfinden? Lass sie doch machen, was sie will. Ja. Warum? Diese Konzepte hier von Schamgefühl und Anstand und so, das ist doch völlig veraltet. Jeder soll doch machen, was er will. Warum lässt man auch die Frau nicht begrapschen von anderen Fremden? Ja. Wenn sie das doch glücklich macht. Ja, wenn sie sagt, ihr Selbstwertgefühl steigt da durch. Ja, ja. Warum, wer bin ich? Ja, wer bin ich? Dass ich meiner Frau sage, die soll das nicht machen. Ja. Das ist doch keine Diktatur hier. Genau. Ja, also, also ich bin immer wieder erbost, ja, dass sich Menschen, vor allem Celebrities, ja, Stars, die ja bekannt dafür sind, dass die sich super verhalten, dass es immer noch so Leute gibt mit so verkappten Weltansichten. Darauf komme ich ja gar nicht klar. Auch, ich finde, Keanu Reeves soll alles entzogen werden. Ja, der ist ja ein richtiger altmodischer Haps. Also, der muss, also, da würde ich gerne eine Petition starten, dass die ganzen Joggemitrager gelöscht werden. Ja, genau. Weil es kann nicht sein, dass er nicht mal den Anstand besitzt, eine Frau zu umarmen auf ein Foto. Ja, der ist unhöflich. Also, ist hier eine Frau weniger wert? Ja. Er ist unhöflich. Meine Damen und Herren, die Welt ist verkorkst. Die Welt ist sehr, sehr schrecklich. Warte. Warum noch Werte? Ja, warte, ich habe eine Frage. Ich will, dass schon im Kindergarten die Kinder rummachen. Ja. Und alles, alle nackt rumlaufen. Ja, klar. Natürlich. Wenn die Menschen sich so fühlen. Ja, warte. Aber, du wirst sehen. Wir werden darüber reden. Der Kanye wird als Verlierer rausgehen aus dieser Sache. Das ist ja klar. 100 Prozent. Die sagen ja sowieso die ganze Zeit, der ist verrückt. Ne? Der ist bescheuert. Ne? Dass ich jetzt hier... Der ist natürlich durch. Aber die... Der hat doch oft Sachen gesagt, die gar nicht so verkehrt sind. Und dann stellen die den so dar, als wäre der... Das bedeutet, wenn ich eine... Also ich weiß, dass er, außer von der christlichen Community, zerstört worden ist damals, dass er gesagt hat, er hat ein Problem mit Kims Freizügigkeit. Wo er anfing, so gläufig zu werden. Okay. Das bedeutet also, ich habe gewisse... Als Ehemann, der mit ihr drei Kinder hatte drei, wie viele haben die? Weiß ich nicht. Ja. Man weiß ja nie, von wem er ist. Ich weiß... Also es bedeutet für mich, dass ich... Ich habe so Prinzipien und sage, so stelle ich mir mein Leben vor. Genau. Das heißt, so wie ich mir das wünsche. Genau. Das muss ja akzeptiert werden. Ja, richtig. Ja. Ich wünsche mir etwas. Ja. Und wenn ich eine andere Seite akzeptiere, muss ja auch meine Seite akzeptieren. Genau. Sonst ist ja unfair. Ja. Okay. Habe ich das System verstanden? Eigentlich ja. Ja. Da ist ja eben auch ein Knackpunkt jetzt gekommen. Ja. Ja. Das heißt, ich sage, guck mal, mir ist egal, wo meine Frau herkommt. Ja. Welche Religion sie hat. Welche Hautfarbe sie hat. Ob sie klein, groß, korpulent, dünn ist. Ja. Nur was ich mir wünsche ist, ich will nicht, dass sie rumläuft wie Kim Kardashian. Genau. Sondern, aber auch nicht komplett zu, sondern einfach so, wo ich sage, das ist in meiner Welt anständig. Dann bist du für... Warte, ich bin noch nicht fertig. Ja. Danach. Dann sage ich das nur meiner Frau. Also ich sage nicht, du musst, sondern sage, guck mal, Schatz, ich bleib trotzdem mit dir zusammen, weil sonst wäre es ja eine Erpressung. Ja. Ich sage, ich bleib trotzdem mit dir zusammen. Wie vorsichtig. Nein, nein, ich will das wissen. Ob du dich auch dagegen entscheidest, das ist egal. Ja. Ich würde mir wünschen, du würdest mich glücklich machen. Wenn du deine Brüste einpackst. Ja. Und nicht einen Rock trägst, der, wo man deine Unterhose sieht, sondern so über die Knie ist okay, aber so. Wenn ich das so sagen würde und die Frau sagt, mach das. Also die sagt dann, ja klar, kein Problem, das ist mein Mann. Ja. Ich fühle mich dann auch wohler. Ja. Ehrlich gesagt. Dann gibt es Leute, die sagen... Nicht Leute, sondern die verkorkste Internetmehrheitsgesellschaft. Sagt dann zu mir was? Die sagt, dass du ein Frauenunterdrücker bist und sie sagen, unterstellen deiner Frau Dummheit, weil sie sich dir unterordnet. 100 Prozent. Boah, das ist krass. Aber es gibt ja umgekehrt auch. Eine Frau sagt zum Mann, ey, ich will nicht, dass du einen Tanktop anziehst. Ja. Weil ich finde, du hast einen sexy Körper. Mich stört das, weil ich bin eifersüchtig. Sehr gut zu Recht. Ja, die kriegt aber dann nicht so Shitstorm. Die nicht? Nein. Das kommt halt, da die Gesellschaft früher sehr sexistisch war. Und da gab es ja dann irgendwann eine Gegenbewegung. Zu Recht. Aber die Leute sind halt... Guck mal, man sollte... Wir waren hier. Wir hätten hier ankommen sollen, dann wäre es okay gewesen. Aber wir sind jetzt... Wir haben so ein ganz... Es gibt ja auch jetzt Petitionen gegen die Disney-Filme. Boah, bitte erzähl das mal. Das hat mich so aufgeregt. Boah, wie mich das aufregt. Es gibt Leute, die der Meinung sind... Eine Frauenorganisation. Das weiß ich jetzt nicht. Ich will niemandem was unterstellen. Ja. Äh, die der Meinung sind, dass Aschenputtel... Ja. Das Schöne und das Biest. Aladin mit Jasmin. Schneewittchen. Schneewittchen. Unterdrücker-Filme sind für Frauen. Weil... Weil Schneewittchen nur den Haushalt schmeißt und kocht für die sieben Zwerge. Ja. Genau. Weil darauf komme ich jetzt alles gleich zu. Dass dann Aschenputtel gerettet werden, weil sie die Arme ist. Warum ist der Prinz nicht der Arme? Fuck. Warum ist immer Aladin der Retter von Jasmin? Und warum ist Genie ein Mann? Und warum sind... In den Disney-Filmen wird immer den suggeriert... Dann heißt es im Statement... Es wird ja den Kindern... Ja. Oder den weiblichen Kindern suggeriert... Warte mal, ich muss das zusammenkriegen. Das war zu krass. Da hab ich das Handy fallen lassen. Warte. Es wird suggeriert... Die haben so eine Statistik aufgebaut. Ja. Wenn Frauen... Kinder. Ja. Kinder mit... Also weibliche Kinder. Ja. Diese Filme angucken... Gibt's ne Statistik? Ja. Dass sie dann, wenn sie 10 oder 11 oder 12 sind... Sehr weiblich sind. Oh mein Gott! Das ist ja eine ganz Katastrophe! Ich wollte immer, dass meine Tochter plötzlich ein Mann wird! Ja! Und Schlamm-Catch-Champion wird! Ja. Nein. Also... Es ist die Statistik. Ja, ich weiß... Also... Und warum haben Frauen keine Heldentaten in Disney-Filmen? Warum haben sie nicht... Erstens stimmt das nicht, weil wenn die sich erstmal diese Filme angucken würden... Ob Aschen, Puttel oder Schneewittchen... Alle sind die Hauptrolle... In all diesen Filmen... Es geht doch nicht um die Hauptrolle... Es geht ja darum... Was sie darstellen. Okay. Und was ist daran schlimm, dass Schneewittchen für die sieben Zwerge kocht und putzt, die ihr Leben gerettet haben und so... Also hör mal zu! Wo kommen wir denn dahin, wenn wir schon so denken? Also... Nisa, ich weiß ja, dass... Da wo du herkommst... Aber die sieben Zwerge... Das nicht so gegeben ist, ja? Aber die sieben Zwerge besorgen ja auch das Essen und so. Ja, ach so. Kann eine Frau das nicht selber? Nee, warte mal. Kann das eine Frau nicht selber? Kann! Willst du einer Frau unterstellen, sie kann nicht raus nachts in den Wald mit Wölfen und alles und sich das Essen selber rum? Doch, kann sie. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn es die andere Seite gibt. Warum muss es nur diese eine Seite geben? Also ich finde... Ich sag doch nichts! Ich finde das sehr spartanisch. Ja, warte! Warte mal kurz, ich bin hier noch lange nicht schwer... Nein, die Frau muss ein Schwert haben... Sie muss ein Schwert haben und... Deswegen, guck mal, deswegen bin ich, ne? Wirklich. Sehr, sehr dankbar für so Leute wie Sylvester Stallone. Guck mal, der letztes Jahr, also 2019, Rambo 5 rausgebracht hat. Und der Film wurde ja von den Kritikern zerstört. Die haben gesagt, alteingesessene, Muster in seinem Kopf. Einfach, weil das so ein Macho-Männerfilm ist, so für Alphas. Ist doch okay. So... Ich habe jetzt auch irgendeinen... Ich weiß nicht, irgendeinen Psychologen, Verhaltensforschung, irgendwas macht der. Der ist irgendwie bei mir bei Insta aufgetaucht. Für irgendeine Zeitung hat der ein Statement abgegeben. Und da meinte er auch, ey, wir haben mittlerweile 2020... Es ist egal, wenn Männer... Also wenn kleine Jungs sich die Fingernägel lackieren und wenn Mädchen sich prügeln. Das ist ein Statement. Jeder kann sein, was er will. Er hat recht. Aber er... Was ich so ein bisschen gefährlich finde, ist... Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich ausdrücke. Wir bewegen uns dahin, dass... Also man will die Natur einer Frau und eines Mannes ändern. Meinst du nicht? Gewagte Aussage. Ja. Was ist denn falsch an einer weiblichen Prinzessin? Ich will aber, dass sie die Prinzenklamotten anhat. Ja. Weil sie soll auch mal stark sein. Ja, kann sie ja machen. Aber warum regst du dich auf, wenn sie so ist? Ja. Das ist die Sache. Ja, warum regst du dich darüber auf? Es gibt immer nur eine Seite. Das andere kann ja sagen. Es ist nur eine Seite immer. Ja. Das sind die zwei. Und ich finde das... Guck mal. Ich... Ab heute... Mache ich ein Statement. Ja. Ab heute. Jede Sache, die mich stört, fühle ich mich angegriffen. Ja. Jede Sache. Und gehst ins Internet... Ja, ich gehst ins Internet... Ich fühle mich angegriffen. Warum... Warum kriegt nur die einen Podcast? Aha. Bin ich nicht gut genug? Ja. Weil ich jetzt männlich bin, ich fühle mich angegriffen. Ich werde jetzt auch Petition starten. Ja, ich starte. Und sage, hör mal zu, ich bin ein Mann, ich fühle mich in meinen Gefühlen auch verletzt. Und weißt, was aber passieren wird? Mhm. Das sage ich dir jetzt mit Ansage. Leute werden das jetzt, worüber wir reden, rausschneiden, aus dem Kontext nehmen und werden darunter schreiben, wegen so Leuten wie den zwei ist es wichtig, dass es diese Sammelklage gegen Disney gibt. Und bla bla bla. Weil wir sehen, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein sollen. Also die Sätzen, die Sätzen gleich, dass ich und du sagen, ey, ist doch nicht schlimm, dass es so eine feminine Prinzessin gibt. Mir geht's nur um Fernsehen. Ja, ja, genau. Dann sagen die, die benutzen das aber, Niza und Cheyenne haben gesagt, man soll Frauen schlagen und unterdrücken. Nein. Diese Aussage, so ist das für die im Kopf. Ja, die verstehen das so. Guck mal. Die verstehen das so, das will ich dir sagen. Ja, weißt du warum? Die verstehen das so. Und die wollen es so verstehen. Weil die dumm sind. Guck mal, ich hab doch, guck mal, ich kann mich doch erinnern, guck mal, wie krass. Das ist jetzt auch wieder drei Jahre her oder so. Ich hab doch, manchmal muss man das machen, ich hab doch einmal, da hab ich irgendwie meine Wohnung geputzt und dann hab ich ein Video gemacht. Und du weißt, ich rede eigentlich immer nur Scheiße. Ich werde nie politisch, ich versuche nie ernst zu sein, ich versuche immer nur lustigen Content zu kreieren. Und dann sag ich in diesem Video, ey, ganz ehrlich, jetzt wo ich meine Wohnung geputzt und gestaubsaugt habe, ich möchte meinen größten Respekt und wirklich auf Ernst scheinen, an alle Frauen aussprechen, die teilweise noch Kinder haben, die die Wohnung sauber halten, die noch für ihre Kinder kochen, für ihren Mann und trotzdem klar sind, die arbeiten gehen auch noch und so. Ey, wie können die das? Ich hab grad mal meine Wohnung gestaubsaugt, ich hab das Gefühl, ich möchte mich umbringen. So. Also in dem Video erkläre ich meinen Respekt gegenüber der Frau, dass ihr das alles hinkriegt und sage, was ich für ein Versager bin, weil ich ein Zimmer staubsaugen musste. Und dass das für mich anstrengend war. Da hab ich einige Nachrichten bekommen, boah, wie ekelhaft, wir haben mittlerweile 2017, wie kannst du eine Frau nur darauf beschränken, dass ihr Haus, was ich erstens nicht gemacht habe, ich hab nur gesagt, die, die das machen, die spreche ich meinen Respekt aus. Und das kannst du mir nicht nehmen. Aber das wollen die uns nehmen. Das wollen die uns nehmen, dass wir das cool finden. Guck mal, es geht doch darum, jeder Mensch so soll sein, wie er ist. Ja. Das sehe ich ein. Außer wenn er kein feministischer, linksliberaler, transsexueller ist. Wenn du das nicht bist, dann bist du... Okay. Ja. Also guck mal, ich akzeptiere jeden Menschen. Mir ist egal, was jemand macht. Mich interessiert es einfach nicht. Ja. Also ich sage einfach, der soll machen. Ja. Ist doch okay. Ja. Wenn er sich wohlfühlt, soll er glücklich sein. Ja. Aber ich muss doch nicht immer dem was aufs Auge drücken, dass ich das feier. Also jeder kann machen, was er will. Genau. Und wenn ich sage, ich respektiere jede Frau, jede Frau, die Hausfrau ist, die Kinder erzieht. Teilweise alleine sind. Teilweise alleine sind. Weil Männer Arschlöcher sind und die Frau alleine ist. Und das sind sowieso keine Männer. Ja. Einfach so seine Familie alleine zu lassen. Die schlafen manchmal drei Stunden am Tag. Ja. Weil die arbeiten, stehen morgens auf, Kind zur Schule, Hausaufgabe kommen. Genau. Und wenn ich diese Frau respektiere, die noch den Haushalt macht, ihre Kinder erzieht, gute Werte vermittelt, mit denen rausgehen, spielt, geht noch vielleicht arbeiten und ich dann aber die halbnackte Frau auf Instagram nicht respektiere, ist doch so meine Meinung. Ja, aber du darfst diese Meinung nicht haben. Warum? Weil es ja intolerant ist. Weil das ist ja keine Kunst. Halbnack... Was heißt die Kunst? Was? Ja. Das ist für mich kein Talent. Ja, warte mal. Aber... Ja, das ist ja das. Die, die Toleranz predigen, praktizieren es selber nicht. Ja. Weil, guck mal, das respektiere ich ja. Jetzt sagen sie, ja, aber du kannst ja nicht die Art von Frau und die Art Frau... Warum? Ich kann ja auch sagen... Das ist ja wie dieser Begriff, wie Deutschland alles vom Amiland übernimmt, Slut-Shaming. Was ist das für ein dummer Begriff? Das ist eine Slut. Weißt du, was Slut heißt? Schlampe. Ja. Die muss geschämt werden. Das ist doch nichts Gutes. Mhm. Also, weil ich etwas Schlechtes schlecht rede. Das ist eine... Was gibt's bald? Rapist-Shaming? So, ey, der ist ein Vergewaltiger. Hör auf, den an den Frager zu stellen. Ja, der kann ja nichts dafür. Ja. Das ist ein Trieb. Ja. Guck mal, ich sag mal so, wenn jemand das verlangt, finde ich das in Ordnung. Ja. Aber, dann verlange ich auch, weil du es verlangst, dass meine Meinung expektiert wird. Wird sie aber nicht, weil sie als Altbacken gilt. Warum Altbacken? Was hat das mit Altbacken zu tun? Weil die Leute sagen, dass eine Frau, die einen Haushalt führt... Ich sag nicht, dass alle das sagen, bevor mich die Leute... Also, wenn eine Frau... Das aber in der Medienwelt, vor allem hier in dieser Welt, wo Karriere und Selbstbestimmung und so sehr hoch angepriesen sind, gilt eine Frau, die den Haushalt macht, als dumm und zurückgeblieben... Warum? Ja, was weiß ich, weil die Leute... Das ist so ein ehrenvoller... Das ist sogar fast ein Beruf. Das ist ein Beruf. 10, 12, 13, 24 Stunden. Guck mal, ich sag mal so. Ob die Frau... Also, ich kenn keinen Mann. Aber ich hab's schon mal erzählt. Ich kenn keinen Mann in meinem Freundeskreis, der Vater ist, wo die Frau mal was unternimmt. Die sagt, ey, bleib du heute mal mit den Kindern, ich geh mit meinen Mädels... Männer halten das nicht aus. Jeder Mann sagt mir, ey, als meine Frau wieder da war, ich werd jetzt wieder Prinzessin... Ey, wie hält ihr das aus? Ich wollt nach 15 Minuten meine Kinder ermorden. Guck mal, ob jetzt eine Frau... Die machen das jeden Tag. Ob jetzt eine Frau... Also, wenn eine Frau jetzt bei Adidas im Vorstand ist und Chefin ist, freu ich mich. Ja. Wenn eine Frau eine Hauptrolle in den Filmen spielt, freu ich mich. Ich nicht, aber... So. Wenn eine Frau jetzt zum Beispiel in unser Land regiert, freu ich mich. Aber genauso freu ich mich, wenn eine Frau ihren Haushalt gut schmeißt und ihre Kinder gut erzieht und zu Hause ist. Das heißt, ich freu mich für alle Seiten. Aber ich kann nicht sagen, ich finde das nur gut, das nicht gut. Ich freu mich da, aber ich muss ja nicht deren Meinung sein. Wie du immer schon so schön sagst, wir können die besten Freunde sein, Brüder sein, aber wir müssen nie die gleiche Meinung haben. Aber man muss nicht die gleiche Meinung haben, cool miteinander zu sein, ja. Genau. Das ist eine sehr schöne Aussage. Und es ist ja auch so, dass ich das weiß, weil ich es gesehen habe, dass Hausfrauen mittlerweile, also die sind ja, die werden indirekt so geächtet in der Gesellschaft, dass ich dir gesagt habe, dass ich selber unendliche Hausfrauen kenne, die sich schämen, das zu sagen in der Öffentlichkeit. Habe ich schon mal erzählt. Ja. So, wenn man ist am Tisch mit mehreren und sagen, ey, was machst du, ich mache gerade eine Weiterbildung und eine Umsetzung. Die schämen sich einfach zu sagen, ey, ich bin nur Hausfrau. Was sehr ehrenvoll ist. Ja, ich kümmere mich für meine Kinder und mein Mann geht arbeiten. Aber es ist ja... Auch wenn es umgekehrt ist, finde ich nicht schlimm. Wenn die Frau arbeiten geht und dann... Guck mal, beim Nachbar, das ist auch meine Meinung. Ja. Mein Nachbar, die Frau geht arbeiten, der Mann macht den Haushalt. Nee, warte mal. Bevor... Nicht schlimm. Wir sagen ja nicht, wir akzeptieren das ja. Nein, ich finde es auch nicht schlimm. Ja, warte. Was heißt schlimm? Das ist ja jetzt die Frage. Also schlimm, es interessiert mich überhaupt gar nicht, was die machen. Genau. Aber ich verurteile ihn auch nicht dafür. Ja, aber... Weil ich nie diese Umstände des Lebens kenne. Genau, richtig. Genau so sehe ich es auch. Aber du musst das Recht haben, dass du sagst, in meinen Vorstellungen finde ich, dass der Mann arbeiten gehen sollte und seine Frau enden sollte. Weil das ja deine Meinung ist. Ja. Und man sollte dir diesen Raum lassen, das zu sagen, ohne dass du als Barbar abgestempelt wirst. Guck mal, die größte Sache ist eigentlich an dieser ganzen Thematik, der Grundkern finde ich sehr, sehr schön. Weil, ich sag dir ganz ehrlich, es wurden Frauen unterdrückt. Ja klar, immer noch. Ja, immer noch. Frauen haben weniger als ein Mann verdient. Warum? Warum? Für die gleiche Arbeit. Sollen genauso viel verdienen. Ähm, Frauen wurden... Frauenhäuser sind voll. Warum? Weil es schlechte Männer auf der Welt gibt. Ja. Das finde ich voll dahinter. Ja klar. Voll. Jede Frau, keine Frau auf dieser Welt sollte irgendwie sowas erfahren. Ja. Äh, 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 sexistische, äh, wie heißt das? Belästigung auf dem Arbeitsplatz. Das ist alles da. Ja. Alles da. Ja. Sowas sollte gar nicht geben und dafür muss man kämpfen. Auch wir. Ja. Das ist meiner Welt. Außer sexistischer Humor sollte neu sein, finde ich. Nee, also Humor ist ja wieder was anderes. Ich finde sowas sollte es niemals auf dieser Welt geben. Ja, aber da, das muss man ja auch nicht sagen. Genau, aber das meine ich ja. Das sollte es niemals geben. Aber, dass ich jetzt hier sage, wegen den Disney Filmen und dass eine Ampel, da ist jetzt ein männlicher, das finde ich dann sage ich, ey, ist doch gut. Guck mal. Und was mich am meisten eben halt aufregt, nicht, dass da überhaupt was geändert wird, weil ich finde, Veränderungen sind eigentlich auch schön, je nachdem wie man das ausbalanciert, weil diese 90 Prozent, die Leute, die machen ja nur mit, weil die Gesellschaft gerade das so will. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ich eine Tochter hätte und die würde Schneewittchen gucken und die würde so sein wollen wie die. Die ist doch ein cooles Mädchen. Jetzt ernsthaft? Mhm. So. Also ich will, dass meine Tochter... Warum gibt es keine Petition gegen Kim? Also ich will, dass meine Tochter lieber wie Schneewittchen wird, als wie Kim Kardashian. Ja, aber das kannst du doch nicht sagen. Ich kann mir das für meine Tochter wünschen, das kannst du mir nicht nehmen. Ja. Wenn ich möchte, dass meine Tochter wie... Aber warum gibt es überhaupt diese Diskussion? Ja, es gibt ja Diskussion, weil diese krassen Leute immer diesen Stress machen. Und ich verstehe nicht, warum nicht im Menschen was gesund ist, also in der Gesellschaft was gesund ist. Warum nicht, warum immer extrem? Ja. Warum immer extrem? Die Mitte. Die Mitte. Die Mitte. Immer schön nur das Ding. Ein bisschen davon, ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ja. Ja, es ist... Du kannst auch nicht ein Kilo Salz reinmachen und 100 Gramm Pfeffer. Ja, also wie gesagt, das mit Disney... Guck mal, es gab jetzt auch, das habe ich auch auf Twitter mitbekommen, Shitstorm von vielen gläubigen Amerikanern, weil jetzt irgendein Politiker, ich weiß nicht welcher, ich weiß nicht welchem Staat, ich habe nur das Video gesehen. Der hält eine Rede, dann betet er am Ende. Also er sagt irgendwie, möge der Herr uns schützen, blablabla, und dann ist er am Ende sagt, ich schwöre dir, amen, also amen, amen, a woman. Wo ich denke, ey, das ist so absurd, das Wort amen ist geschlechtsneutral, das hat gar keinen Geschlechtsbezug. Es hat nichts mit Mann, es heißt nicht amen, weil es für Männer steht. Und dieser Politiker sagt es einfach, damit er fair ist. Und was ist das denn? Guck mal, mein Vater hat mir immer beigebracht, dass eine Frau, auch unsere Kultur ist das so, eine Frau hat mehr Wert als ein Mann bei uns. Ja. Vom Respekt, von Prinzessin, auch meine Schwester so. Das ist ein ganz anderer Status. Ja, aber die Leute wollen, ja, aber die Leute... Also, sorry. Weil, ähm, und das ist ja die Sache, wenn ich, ich respektiere ja jede Frau auf dieser Welt, egal, äh, zum Beispiel, guck mal, beste Beispiel, da wird doch jetzt diese Frau umgebracht, die ein anderes, eine andere Frau ermordet hat und das Baby rausgeschnitten hat. Die wird doch jetzt in drei, vier Tagen hingerichtet, die erste Frau nach 70 Jahren in Amerika. Ja. Die Leute schreiben Petitionen, dass sie freigelassen wird. Da sage ich ganz klar, ey, seid ihr dumm? Die hätten andere Frauen gehabt mit einem Baby drinnen, im Bauch ausgeschnitten. Ja, aber, ja, sie war schon 70 Jahre drin. Das finde sogar ich ekelhaft. Also, dann, dann sage ich, Alter, halt doch alle die Fresse einfach. Also, sowas, dann geht gar nicht mehr. Dann denke ich mir, guck mal, alles ist im gesunden Maßen, alles ist doch schön. Jeder soll auch glücklich sein. Die Frau, die drei Kinder hat und kocht, soll glücklich sein. Die Frau, die mit ihrem Hosenanzug in der Politik steht, soll glücklich sein. Die Frau, die bei Adidas arbeitet, soll glücklich sein. Die Slut auf TikTok. Die Slut auf TikTok. Soll auch glücklich sein. Soll auch glücklich sein. Aber wir müssen die nicht respektieren. Aber ich muss ja nicht hingehen. Die gut finden. Und gut finden und sagen, es ist genau so. Weißt du, wie das anfängt? Ich sage jetzt, ey, John Rick 3 hat mir gefallen, aber John Rick 2 nicht. Leute, wie kannst du sowas sagen? Ja. Das ist doch meine Meinung. Nur, weil ich das nicht feiere oder mag. Aber ich respektiere es ja trotzdem. Weil sonst würde ich die ja angreifen, beleidigen. Also guck mal, mein Respekt ist ja schon, dass ich mich überhaupt gar nicht zu diesen Leuten äußere. Und einfach nichts dazu sage. Genau. Das ist mein Respekt. Ja, aber die wollen nicht, dass du nichts sagst. Toleranz heißt dulden. Ja. Die Leute wissen nicht mal den Begriff, die Bedeutung. Das bedeutet, dass du etwas duldest. Ja. So. Aber die Leute wollen keine Toleranz. Die wollen Cheerleading. Das bedeutet, die wollen... Das heißt... Also die wollen... Also guck mal. Eine Slut auf TikTok, ich muss die auf meinem Profi posten, sag Ehrenfrau. Guck mal, ich will jetzt nicht... Ja. Ja. Genau. Sehr gut. Weißt du, was die Leute wollen? Die... Die wollen... Wo gehst du? Ich geh doch wieder raus. Ja. Guck mal, die wollen, dass du... Das ist noch besser. Wenn du sagst, ne... Sagen wir mal... Ich hab ne Tochter. Ja. Und wenn meine Tochter sagt... Ich möchte Pornodarstellerin werden. Das ist mein Traumberuf. Das will ich werden. Und wenn ich dann sage... Nein, ich möchte nicht, dass du das machst. Dann bist du ein schlechter Vater? Ja. Intolerantes Arschloch. Zurückgeblieben. Mit der... Das jetzt aber... Nein! Nein! Nein, doch du übertreibst. Soll ich das Beispiel nennen? Das wissen die Leute nicht mehr, aber vor 15 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Kennst du Lawrence Fishburne? Doch, diesen schwarzen Schauspiel von Matrix. Genau. Mit der Zahnlücke. Genau. Weißt du, dass seine Tochter Pornodarstellerin ist? Guck mal, da ist jetzt Gras über die Sache gewachsen. Und damals war Social Media noch nicht so in der Gesellschaft verankert wie heute. Ich glaube, als das war, gab es nicht mal Facebook oder es gab gerade mal Facebook. Ich bin mir nicht sicher. Sonst hätten die ihn richtig gekillt. Seine Tochter ist Pornostar geworden. Und dann hat sie sich geäußert und hat gesagt, er hat das nicht mehr öffentlich gemacht. Er hat es privat gemacht. Sie hat es veröffentlicht. Und dann hat er gesagt, ich möchte nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist nicht meine Tochter, die ich erzogen habe. Du hast mich entehrt. Du bist nicht mehr meine Tochter. Und dann wurde der zerstört. Weil er nicht will, dass seine Tochter, die er mit seiner Frau, die er liebt, gezeugt hat. Und diese Tochter, die er mehr liebt als alles andere. Das ist doch seine Erziehung. Das ist doch seine eigene... Ja, aber es ist intolerant. Was geht das die Leute an? Ja, aber es ist intolerant. Weil sie hat ja nach außen das getragen. Guck mal, mein Vater hat mich fallen gelassen. Das ist ja das, was sie nach außen trägt. Was für... Was ja im Kern so stimmt. Aber... Er ist intolerant. Wer will nicht, dass seine Tochter durchgebügelt wird am Tag von 17 fremden Männern für fünf Scheine? Ey, das hat mich jetzt schockiert ein bisschen. Ne, wirklich. Das ist eine echte Story. Ja? Ja? Ja. Ich weiß es noch, die Artikel, die kamen. Wir sind enttäuscht. Er verleugnet seine Tochter. So, er redet auch seitdem nicht mehr über sie. Okay. Vielleicht müssten wir jemanden mal einladen. Da gibt es natürlich Leute, die übertreiben. Also, die wirklich übertreiben mich. Ich kann mich erinnern. Äh... Die haben Nori Jäger zu der Zeit gefragt. Der war ja so berühmt da noch, ne? Also, jetzt ist er auch wieder ein Star durch seinen Podcast, aber da war er ja noch so als Rapper am Start. Und das war so ein großes Thema. Und ich kann mich erinnern, die Fragen, die in dem Interview... Ja, hast du gehört, dass Lorenz Fischberg gemacht hat und so? Und weißt du, was er sagt? Im öffentlichen Interview. Also, guck mal. Ich versuche einfach ehrlich zu sein, weil ich lüge ungern. Da sagt er, wenn meine Tochter das gemacht hätte, ne? Ich bin ehrlich. Dann hätte ich die wegmachen lassen. Der will nochmal den retten. Und sagt, wie? Wie meinst du das? Sagt der ja, ich hätte ein paar Leute beauftragt und hätte sie erledigen lassen. Weil diese Schande kann ich mir nicht geben. Das ist dann natürlich so komplett absurd. Aber da merkst du, weil diese Leute kommen aus einer... Wie du sagst, du sollst... Also, das ist natürlich nicht cool, was der gesagt hat, ne? Bevor ich eine falsche... Aber wenn Lorenz Fischberg das doch so sieht mit seiner Tochter, warum mischst du dich da ein? Was juckt dich das? Du kannst deine Meinung sagen. Aber du kannst ja nicht so tun, als ob... Ja, aber das ist auch, wenn du... Guck mal, es geht einfach in meinen Kopf nicht rein. Deswegen würde ich einfach mal gerne jemanden einladen, der in dieser Sache drin ist. Oder auch sich dafür einsetzt. Jeder kann doch machen, was er will. Aber warum wird denn... Wenn ich das nicht feiere, dann feiere ich das doch nicht. Ja, also diese Leute, die aus dieser Welt kommen, ne? Schöne Grüße an Costa und Jesus ist ja... Die haben ja im Kopf, die Gesellschaft entwickelt sich weiter. Ja. Wir gehen nach vorne. Ja. So. Jeder ist frei. Ja. Und solche Einstellungen halten uns zurück. Das heißt, der Mann, der seine Tochter verurteilt, weil sie eine Pornodarstellerin ist, das ist eine altmodische Einstellung. Die gehört nicht mehr in unsere Gesellschaft. Das ist das, was diese Leute denken. Und deswegen prangern die das an. Weil die sagen, das ist keine... Aber jeder Mensch hat doch andere Werte. Ja, aber das wollen die nicht. Wir sollen ja alle die gleichen Werte haben. Mhm. Nein, wirklich. Jeder soll die gleichen Werte haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Siehst du doch, sehen wir doch in der Corona-Krise. Jeder, jeder, der ansatzweise... Es gibt nur noch Schwarz und Weiß bei diesem Thema. Es gibt so viele Leute, die sind gar keine Corona-Leugner. Sind die nicht. Die sagen nur so, ja, das mit dem Impfen... Wenn du sagst, ich mach mir ein bisschen Gedanken wegen dieser Impfung, dann wirst du zerstört. Du wirst als Terrorist, als Kommunist dargestellt. Wirklich. So. Siehst du, ich hab jetzt letztens eine Rede gehört von einem CDU- oder CSU-Politiker. Also nicht festnageln, falls die Leute sagen, das stimmt nicht. Wo er in einem Satz sagt, dass der Verfassungsschutz... Der sagt irgendwie sowas. In dieser Richtung. Also nimmt mich nicht beim Wort. Ja, der Verfassungsschutz hat heute beschlossen, dass wir jetzt härter gegen Terroristen, gegen Nazis und gegen Corona-Verschwörungstheoretiker vorgehen. Das heißt, er... Guck mal, diese Suggestion schon fürs Publikum. Er nennt diese Leute in einem Wort mit Terroristen und Nazis. Dass du gar keinen Bock mehr hast, dich irgendwie kritisch zu... Und ich bekomme ja Diskussionen auf beiden Seiten mit. Es gibt ja Leute, die das genauso glauben, was dir erzählt wird. Und es gibt ja Leute, die das anzweifeln. Und die, die das anzweifeln, aus denen wird direkt... Du wirst direkt in diese Spinne-Ecke gestellt. Auch wenn du gar nicht so bist. Die machen direkt aus die einen, der an Reptilien-Menschen glaubt und was weiß ich... Aber sollte man nicht beides glauben? Also wenn der so denkt, dann denkt er so. Und wenn der denkt, dann denkt er so. Ist das nicht diese Toleranz? Eigentlich ja. Also ich bin ja eh der Meinung, keiner von uns ist tolerant. So, weil... Guck mal, wenn ich... Wenn ich jetzt solche... Ich sag ja auch zum Beispiel, Drake ist scheiße. Das ist meine Meinung. Das ist für die Leute nicht tolerant. Was ich auch verstehe. Aber ich sag ja, ich bin ein Hip-Hop-Nazi. Weil der repräsentiert nicht Hip-Hop für mich. Aber das ist doch dein Musikgeschmack, deine Meinung. Ja, aber dann könnte auch die Leitung sagen, du bist nicht tolerant. Weil warum deklarierst du ihn als nicht Hip-Hop? Wer bist du? Bist du der Vater von Hip-Hop, dass du so... Ja, aber wenn du sagen würdest, ich feiere Drake einfach nicht. Wenn du das so sagst, dann akzeptieren die Leute das noch. Aber wie gesagt, diese Corona-Thematik ist das beste Beispiel dafür. Du darfst nur eine Kollektivmeinung haben. Du darfst ja gar nicht die andere Meinung haben. Weil sonst wirst du direkt in diese Attila Hildmann-Wendler-Ecke geschoben. Du darfst nicht. Du musst mit dem Strom mitschwimmen. Und so ist das. Also ich bin mir sicher, und das ist beängstigend, das ist echt krass. Ich bin mir 100% sicher, dass wenn morgen Lothar Matthäus... Jetzt einfach so ein deutscher Fußballer, den ich kenne. Ich weiß nicht, ob er eine Tochter hat. Sagen wir mal, der hat eine Tochter. Wenn Lothar Matthäus, wenn morgen in den Medien rauskommen würde, Lothar Matthäus möchte nicht mehr... Er hat mit seiner Tochter nichts mehr zu tun, weil seine Tochter ist Erotikmodel und das passt ihm nicht. Dann würden die den als altmodischen Spinner deklarieren. Die würden sich über ihn lustig machen. Obwohl der Typ eine deutsche Legende ist. Der hat einen Weltmeistertitel geholt. Mehrere Sachen. Ja, der ist ein Respekt. Die würden ihn als altmodisch titulieren. Die würden überall seine Tochter einladen, damit sie ihren Vater schlecht redet. Also wenn es so wäre, ich rede jetzt von einer fiktiven Situation. So wäre das. Das wäre so. Das wäre so. Wenn morgen... Weiß ich... Ist Dieter Bohlen verheiratet? Nein, nicht verheiratet. Bruder, bei dem weiß man noch nicht mehr. Ja, okay. Jetzt nur so als Beispiel. Wenn Dieter Bohlen... Sagen wir mal, Dieter Bohlen ist verheiratet. Wenn morgen in den Medien rauskommen würde, er hat sich von seiner Frau scheiden lassen. Weil seine Frau immer oben ohne Bilder postet und er möchte es nicht. Er sagt, ey, du bist meine Frau, ich will nicht, dass du oben ohne Bilder... Dann würden die den in den Medien als Mittelalter... Als ein Typ aus dem Mittelalter darstellen und seine Frau würden sie auf ein Podest heben. Die starke Frau, die sich gegen ihren Mann gestellt hat und jetzt ihren Weg geht. Und wie klasse das ist und wie toll das ist. Weißt du, was ich nicht verstehe? Unabhängig von Mann oder Frau. Ja. Wenn eine Frau oder ein Mann was Schönes leistet, die soll immer ihr Hack bekommen. Immer. Wenn eine Frau jetzt auf ein Podest gehoben wird, weil sie Schachweltmeisterin ist... Ja. Oder weil sie was entwickelt hat für die Forschung. Ja. Die soll auf den größten Podest der Welt kommen. Ja, aber da sagen ja diese... Aber warum soll denn jemand... Also wenn ich einfach sage, ich mag das nicht. Ich möchte das einfach nicht. Ich mag das doch nicht. Ich bin nur nicht gezwungen. Ich trenne mich ja schon, weil ich sie nicht zwinge. Ja, eigentlich ja. Ja, ich trenne mich, weil ich nicht ein Arschloch bin, der die Frau zwingt. Ja, stimmt. Sondern ich kann einfach nicht damit leben. Ich bin unglücklich. Ja. Dann trennen wir uns, dann ist gut. Dann bin ich trotzdem ein Arschloch. Ja. Weil in dieser... Ich kann mir das nicht so vorstellen. Das ist nicht so schlimm. In dieser Meinung. Ja. Es bewegt sich aber immer mehr dahin. Weil in dieser... In dieser... In dieser... Vor allem ist es ja in der Entertainment-Welt so. Würden ja diese Frauen, die sich... Ein Playboy-Model. Würde jetzt zu dir sagen, warum respektierst du die Schachweltmeisterin mehr als mich? Wer bist du? Dass du bestimmst, dass... Ja. Ich respektiere dich als Mensch. Und sie als Mensch und für ihre Leistung. Aber für deine Leistung... Ja, genau. So sehe ich das auch. Ja. Du hast ja nichts geleistet. Ja. Du hast ja halbnackt einfach nur irgendwo gesessen. Ja. Das ist ja keine... In meinen Augen ist das keine Kunst. Ja, aber die sagen doch, das ist Kunst. Das darstellt... Ja, okay. Dann ist das so. Wir verkaufen ganz viele Auflagen. Ja. Und bla bla bla. Dann ist das schön. Aber ich respektiere dich immer als Mensch. Ja, klar. Ob du weiblich oder männlich bist, egal. Ich respektiere dich als Mensch. Ich wünsche dir nur das Beste. Ja. Aber da kriegt die immer Respekt für die Leistung. Ja. Das ist in meinen Augen keine Leistung. Ja, das ist halt... Guck mal. Es ist halt... Man will mit Krampf... Also man will krampfhaft versuchen, Leuten eine Messlatte und eine Weltanschauung aufzudrängen. Ja. Es ist ja wie... Das ist ja nicht böse gemeint. Aber es ist ja wie, man versucht immer, und das habe ich schon mal gesagt, zu zeigen, Männer und Frauen sind gleich. Und da habe ich schon mal gesagt, Männer und Frauen sind gleich wert. Und wenn du behauptest, ist eine Frau sogar mehr wert als ein Mann. Aber die sind nicht gleich. Ein Mann und eine Frau sind nicht gleich. Egal, was sie machen. Deswegen, es gibt so einen geilen Typ. Ich musste euch raussuchen. Der ist so ein bisschen anti-mainstream. Also das ist ein ganzer Content. Der deckt immer Sachen auf, wenn zum Beispiel, was weiß ich, schlecht über den nordkoreanischen Präsidenten geredet wird, dann postet er extra, ja, aber guck mal, was Obama gemacht hat. Darüber redet keiner... So einer. Der ist immer also so anti-mainstream. Und dann hat er so ein Video, das ist viral gegangen, wo er sagt... Und der ist kein Athlet. Also der ist ein Sportler, der macht gerne Sport. Aber der ist so einer wie ich, der ganz normal trainieren geht. Also der ist nicht irgendwie Weltmeister im da und da und da. Und du weißt ja, das ist Feiership-Vertrieben. Der sagt ja, da ihr Männer und Frauen gleich sind, möchte ich euch heute zeigen, wie ich, obwohl ich seit drei Wochen nicht im Studio bin, mal heute ganz locker den Kreuzheb-Weltrekord von der weiblichen Blablabla-Champion brechen werde. Und dann geht er einfach und hebt das so und bricht ihn. Und dann sagt er, und dann ein paar Tage später postet er wieder was. Ach ja, wie ihr wisst, ist mein Channel dafür da, um zu zeigen, dass Männer und Frauen absolut gleich sind. Und deswegen werde ich jetzt einfach den Bankdrück-Weltrekord, obwohl ich seit sie von der und der Weltmeister. Und dann drückt er einfach mehr als sie. Weil es einfach so ist. Ein Mann ist stärker als eine Frau, du kannst es nicht ändern. Egal, wie du willst. Und diese Leute hören aber, wenn wir sagen, eine Frau ist nicht so körperlich so stark wie ein Mann, dann hören die, Niza und Shayan haben gesagt, Frauen sollen nur in der Küche den Boden schrubben und die Fresse halten. Das hören die in ihrem Kopf. Und was meinst du? Ich meine, eine Frau ist nicht so stark wie ein Mann, so wie ich sage. Vom Gewicht her? Ja. Dass sie was heben kann? Ja genau, das meine ich. Und das ist so. Das ist so. Was sollen wir machen? Sollen wir das ändern? Ich würde es ändern. Ich würde es ändern. Ich würde mich schon wünschen, wenn das Ding ihr Selbstwertgefühl hebt, würde ich denen helfen, aber es geht nicht. Okay, jetzt kommt ja aber eine, die so Lastwagen bei DSF zieht. Ja, die ist stärker als ich. Ja, die ist stärker als ich. Ja und dann? Ja, die ist stärker als ich. Aber diese mit den anderen, wirklich mit den anderen Lastwagen ziehen, ist das ja kein Vergleich so. Ach Gott, Alter. Guck mal und du wirst sehen, obwohl wir seit Jahrhunderten, seit Jahrhunderten, Männer und Frauen, das ist ja nicht umsonst so, sportlich getrennt sind. Ob beim Laufsport, beim Radsport, beim Kampfsport, beim Schwimmen, egal wo. Warum ist das so? Und du wirst sehen, es ist eine Frage der Zeit, bis die das ändern werden. Und dann darf ein Mann nicht mehr so viel trainieren, er darf nicht mehr so viel rennen. Ja, weil die sagen, wir wollen jetzt, geht ja nicht. Meine Damen und Herren, viele Sachen müssen wir nochmal besprechen. Ja, wir sind sehr politisch geworden. Das ist untypisch für uns, aber manchmal muss das sein, damit die Leute uns kennenlernen. Also, im Grundkern, was wir heute gepredigt haben, ist nicht, ihr sollt die Welt so sehen, wie wir. Nein. Sondern, lasst uns doch die Welt so sehen, wie wir wollen. Solange du Menschen respektierst, jegliche Herkunft, jegliche Religion. Das Einzige, nur was ich absolut nicht in Ordnung finde, ist, dass Cheyenne behauptet, dass Playboy-Models nichts leisten. Das ist Kunst. Die leisten was, aber nicht so eine große Leistung, wie jemand, die die Physik-Kerne spaltet. Also, die leisten auch was, aber nicht so hoch. Ja, also Intelligenz... Ja, aber guck mal, das ist ja auch... In der Gesellschaft wird... Es gehört ja auch Mut dazu, sowas zu machen. Also, das respektiere ich natürlich. Ja, warte. Und das gehört ja auch irgendwie ein gewisses Selbstwertgefühl. Damit wir auch nicht nur bei dem Thema Mann und Frau bleiben. Mhm. Dummheit und Materialismus wird in der Gesellschaft generell mehr gefolgt. Es ist nicht cool, intelligent zu sein. Wie werden intelligente Leute immer dargestellt im Fernsehen? Guck mal, Big Bang Theory. Weißt du, was die vier arbeiten? Jeder hat einen krassen Job. Der eine arbeitet bei der NASA, der andere ist so ein Genie. So, aber wie werden die in der Serie dargestellt? Die sind Trottel. Ja. Die keine Frauen kriegen und so. Ich wünsche mir, ich würde weinen vor Glück, wenn ich vier Söhne hätte und die wären genau wie die. Ja. Ich will nicht, dass mein Sohn Gangster wird. Ich will, dass mein Sohn so wird wie Sheldon. Boah, das ist so ein Abschluss. 100 Prozent. Meine Damen und Herren. Und das darf ich noch sagen. Teste selber, was mehr Likes, welches Bild mehr Likes kriegt. Ja, das weiß ich ja schon. Wenn du ein Bild posten würdest, wo du so Schein in der Hand hältst, so. Und man noch eine fette Uhr sieht. Oder wo du ein Bild postest, so mit deinem Bücherregal. Und sagst, guck mal, das sind meine 15 Lieblingsbücher. Boah. Und das sagt genug über die Gesellschaft. Ja, das sagt genug über die Gesellschaft. Mike Drop, komm. Jawohl, meine Damen und Herren. Nizar hat es auf den Punkt gebracht. Vielen Dank. Fühlt euch nicht angegriffen. Respektiert alle, alle Menschen. Jegliche Herkunft, jegliche Art. Wir lieben euch. Liebt euch alle gegenseitig. Und umarmt euch. Und folgt diesem Podcast. Nizar und Shayan, folgt Nizar. Und wir sehen uns. Ciao. Tschüss! Tschüss!